Moin, was geht Exu hier? Das Wetter ist schöner geworden und schon gehen die Leaks los. Wie angenommen präsentiert Xbox bei ihrem Showcase natürlich das neueste Call of Duty. Gerade nach dem Erwerb von Activision Blizzard möchten sie das natürlich alles reinholen und natürlich auch ihre Käufe präsentieren, was sie jetzt natürlich machen werden. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn er Zeit hat, noch einen Kommentar und dann fangen wir direkt an. Starten wir doch mal da, woher ich weiß, dass der Black Ops 5 Reveal bald kommen wird. Xbox hat auf ihren sämtlichen Social Media Accounts gepostet. Wir werden natürlich über Spiele sprechen. Schaltet ein zum Xbox Game Showcase, gefolgt von in Klammern gesetzt geheim, direkt am 9. Juni um 19 Uhr. Das ist ein Sonntag, dazu haben sie ein Bild gepostet. Hier einmal dazu das Xbox Game Showcase Logo und auf der rechten Seite sehen wir das Cerberus Logo. Das Cerberus Logo kennen wir aus verschiedenen Leaks, das kann ich euch jetzt nicht nochmal einblenden, weil dann das Video natürlich gestrikt wird. Was ich euch aber einblenden kann, ist schon mal das hier. Das ist nämlich ein Data Mining Text, was sie in den vorherigen Updates rausgefunden haben. Einmal Cerberus Multiplayer, Cerberus Campaign, dann nochmal das Wort Cerberus in ganz ganz vielen Sachen und dann haben wir auch noch In-Game-Store slash Category Cerberus. Das wird dann höchstwahrscheinlich der Pre-Order sein. Und wie gesagt, dieses Logo war in den Spieldaten schon drin, kann ich jetzt leider nicht einblenden, aber hier sehen wir schon mal, die Game-Logos, sprich von Call of Duty und von Black Ops sind durchgestrichen und da unten rechts wird höchstwahrscheinlich Activision stehen, was auch durchgestrichen ist. Da wollen sie natürlich erstmal ein bisschen Marketing betreiben. Wir werden natürlich schon, ich sag mal, noch früher Bescheid gegeben bekommen, yo, das ist jetzt hier ein Call of Duty Showcase. Was aber schon mal ziemlich wichtig ist, dass wir einen eigenen Direct bekommen. Also es ist eine direkte Übertragung von Xbox aus, welches separat Call of Duty behandeln wird. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, man kann sich auf eine eigene Show gefasst machen und Call of Duty wird nicht einfach zwischen den ganzen anderen AAA-Games irgendwo zwischengequetscht. Das ist für mich schon mal sehr, sehr wichtig und das zeigt auch, dass Xbox beziehungsweise Microsoft die Call of Duty Marke sehr, sehr ernst nimmt. Das ist ja immer noch ein Verkaufsschlager vor dem Herrn. Das Spiel, das wird massenhaft verkauft, auch wenn einige Leute sagen, yo, Call of Duty ist tot. Nee, Call of Duty stärker denn je. Und vor allem dann noch mit Microsoft, mit dem Marketing. Das könnte richtig geil werden. Die erste Frage ist jetzt ja natürlich, was ist da genau durchgestrichen? Hätten wir oben einmal das Call of Duty Logo, welches durchgestrichen ist. Das haben Fans oder die Community auf Twitter schon herausgefunden. Haben sie einfach so ein paar Logos drüber gelegt und haben gesagt, yo, Call of Duty ist es schon mal. Und unten innerhalb der Mitte haben wir einmal das Black Ops 5 Logo. Da ist es nämlich so jetzt, dass das Spiel nicht mehr Black Ops Gold vorheißen wird, sondern dass wir jetzt wirklich den direkten Nachfolger von Black Ops 4 bekommen werden, ist für uns als Spieler erstmal, ich würde sagen, komplett egal. Das einzige, was man hier sagen kann, ist, dass sie das wahrscheinlich geändert haben. Bei Black Ops 5 ist natürlich ein besserer Name als jetzt Black Ops Gold vor. Ich würde mal sagen, so hype-technisch macht das keinen großen Unterschied, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also jetzt, ob da eine 5 steht oder Gold vor, ist mir eigentlich ziemlich relativ egal. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich auch besser, dass sie jetzt darauf aufbauen und nicht das so machen, wie Infinity Board mit Modern Warfare, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3. Würde da jetzt nur Black Ops stehen und sie würden eine neue Trilogie anstreben, dann würde ich das blöd finden. Aber so ist es doch schon mal sehr gut gelöst. Aber natürlich haben wir noch viele weitere Fragen. Unter anderem kann man es dann direkt preordern. Kriegen wir einen Ingame-Bonus für das jetzige Modern Warfare 3? Wieder ein Skin oder sonstiges? Wie sieht es aus mit dem Game Pass? Wären sie da auch was zu sagen? Was sehen wir überhaupt vom neuen Call of Duty Black Ops 5? Weil man muss ja sagen, dieses Spiel ist das längste Call of Duty, was jemals in der Entwicklung war. Dieses Spiel ist, wenn es rauskommt, glatte vier Jahre in der Entwicklung und da können wir uns auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Ich persönlich rechne ganz ehrlich mit einer Singleplayer-Mission. Ich rechne gar nicht mit Multiplayer-Gameplay oder sonstiges. Ich denke, das werden sie sich noch aufheben für den Rest des Jahres. Wenn wir mal zurückblicken in die Vergangenheit, da wurde erst immer das Singleplayer präsentiert und dann später erst der Multiplayer. Deswegen denke ich, dass sie das hier so auch machen werden, dass sie hoffentlich mit einer coolen Black Ops-Kampagne wieder abreißen werden. Black Ops-Kampagnen fand ich, muss ich ehrlich sagen, immer sehr, sehr gut. Was ich aber besser finden würde, anstatt sie uns einfach so eine Kampagne zeigen, dass sie sagen, yo, spielt die Kampagne doch selbst. Viele Spiele machen es vor, wie beispielsweise Resident Evil 4, Resident Evil Biohazard. Die haben ganz, ganz oft in der Vergangenheit Demos rausgehauen, einfach zum Reveal des Spiels, wo man eine kleine Passage anspielen konnte. Und das wäre zum Beispiel auch ein wichtiger Schritt für Call of Duty, weil dieser Test natürlich erstmal Marketing, Hype bringt, aber auf der anderen Seite auch, können sie mal die Stabilität testen. Yo, wie sieht das aus bei den Kunden auf dem PC, auf der Konsole? Was sind da für technische Schwierigkeiten vorhanden? Kann man die vielleicht schon fixen? Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr großes Highlight, welches Microsoft uns bescheren könnte, aber das steht natürlich noch in den Sternen, das ist nur ein Wunsch von mir, das ist nicht geleakt oder sonstiges. Was aber auch sein kann, dass sie vielleicht schon sagen, yo, wir haben jetzt Juni, wir machen jetzt den Xbox Showcase und im Juli startet vielleicht schon ein Beta-Wochenende und dann im August ein weiteres und dann jeden Monat bis zum Release startet eine weitere Beta. Es soll ja auch ein Early Access vom Singleplayer wieder geben und auch vom Zombie-Modus. Da müssen wir mal schauen, aber ein Beta, eine Beta-Ankündigung, gerade ohne diese Exklusivität von Sony, das bedeutet, dass jeder auf jeder Plattform gleichzeitig spielen kann innerhalb einer Beta, würde ich schon sehr, sehr cool finden. Was ist denn eure Meinung zu dem Reveal? Was erhofft ihr euch? Habt ihr schon ein paar Gameplay-Wünsche? Ich weiß, ganz, ganz hoch bei der Community stehen die Menüs, die geändert werden müssen. MW3, MW2, die hatten wirklich schreckliche Menüs. Ich denke, jetzt hier mit den Black Ops werden wir wieder ein klassisches Black Ops-Menü bekommen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Was haltet ihr davon? Ich weiß, dieses Video ist schon ein bisschen positiv, ein bisschen dem Hype verfallen, aber ich sage euch ganz ehrlich, immer zurücklehnen und abwarten. Was man mit Hype anrichtet, das haben wir ja gerade erst bei X-Defant gesehen und ja, bei Black Ops müssen wir auch noch im Hinterkopf behalten, dass der Call of Duty Guy himself, David von der Harde Goat, von Treyarch weggegangen ist letztes Jahr. Und das wird vielleicht auch seine Gründe haben. Vielleicht ist Black Ops 5 nicht so gut, deswegen ist er gegangen. Er durfte nicht frei entscheiden, keine Ahnung. Das ist jetzt wieder ein bisschen Stimmung machen, möchte ich gar nicht machen. Ich möchte euch damit nur sagen, entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt ganz entspannt die Show, die am 9. Juni am Sonntag um 19 Uhr stattfinden wird. Dazu muss man auch noch sagen, dass sich ja sehr, sehr stark Call of Duty gewandelt hat in den letzten ein, zwei Jahren und vor allem auch in den letzten Monaten. Nach diesem wirklich miserablen Modern Warfare 2 haben sie meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Multiplayer MW3 abgeliefert und sie sind ja immer noch dabei, sich stetig zu verbessern. Sie verfassen SBMM Statements, sie arbeiten mit der Community zusammen. Ich sage nur Stichwort des Pending Lobbys. Werden momentan getestet, dass diese Lobbys sich nicht mehr auflösen. Wieder die Ergebnisse ausschauen werden, ob das dann für das nächste Call of Duty permanent so bleibt. Das werden wir dann immer noch sehen. Aber auf jeden Fall tut sich was. Ich würde mal sagen, so in der Zeit zwischen Vanguard mit bis in MW2 rein, hätte ich damit niemals gerechnet, dass wirklich Snatchhammer Games und vor allen Dingen auch Activision so viel zulässt. Also da ist auf jeden Fall eine Besserung zu erkennen und das ist gut für uns. Und wir können immer nur noch hoffen, dass es noch besser wird, weil ich denke nicht, dass alle momentan größtenteils zufrieden sind. Ich denke, da ist noch Luft nach oben, aber auf jeden Fall sind die ersten Steine schon mal gelegt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.